Und ja, es könnte sein, dass es ein bisschen Halt, ne? Das liegt daran, neue Wohnungen erhalt es öfters, da müssen erst viele Möbel rein und sowas, ne? Willkommen wieder zu einer Runde SFG auf dem GOMM-HD.net-Server. Aber, und ja, das wird die erste Aufnahme gerade sein aus der neuen Wohnung. Ich hoffe, das klappt alles soweit. Jetzt mit dem Aufnehmen und so, bitte, bitte, das wäre so schön, wenn alles so klappt, wie ich möchte. So, schnell hoch, 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 ein bisschen Stuff holen. Und ja, es könnte sein, dass es ein bisschen Halt, ne? Das liegt daran, neue Wohnungen erhalt es öfters, da müssen erst viele Möbel rein und sowas, ne? Ähm, deswegen, wie gesagt, kann es halt sein, das ist ein bisschen Halt. Wenn ja, tut mir das voll leid, okay. So, erstmal jagen wir gerade Mr. Revolution. Den haben wir auch bekommen. Gut, dann gehen wir mal Richtung High House. Auf der Hoffnung, da irgendwas zu bekommen. Nein, auf der Hoffnung, da irgendwas zu bekommen. Und, ähm, wenn alles klappt, wie ich möchte, dann ist bei dem Video auch wieder eine Facecam. Wenn ihr keine Facecam seht, dann habe ich beim Schneiden gesehen. Okay, das ist scheiße. Das war knapp. Das war wieder knapp. Ne, aber jetzt haben wir dafür eine Harnisch bekommen und so. Also, das war dann doch nicht so knapp. Ähm, ja. Das hoffe ich, wenn alles klappt, dann wieder seht ihr hier eine wunderschöne Facecam. Wenn, wenn es nicht klappt, dann seht ihr nur mein Gesicht. Nein, dann seht ihr wahrscheinlich gar keine Facecam. Ne, aber ich denke, das klappt alles. So, neue Wohnung. Ne, bevor jemand fragt, Internet, habe ich, ähm, 50 Down und 10 Up. Ja. Genau, das ist so Internet. So, das ist doch Wahnsinn. Nanananananana. Uh, ich glaube, wir wurden noch nicht gelootet. Es sieht aber nicht so aus. Wenn die Truhe noch da war, dann ist wohl noch niemand die Route hier gelaufen. Hopp. Ah. Wunder Bärchen. Leider brauchen wir davon nichts, aber da kommen noch ein paar Sachen. Eventuell ein besserer Helm wäre schön. Oder direkt eine Eisenharnisch und ein besserer Helm. Aber wir wollen uns nicht zu viel wünschen, denn sonst kriegen wir vielleicht gar nichts Tolles. Ne? Kann ja sein. Ah, Cupweb. Immerhin, immerhin, immerhin. Cupweb. Cupweb, Cupweb. Ich hoffe, ihr seht das Ganze auch so ein bisschen als, ja, kleine Testaufnahme, sag ich mal. Ich möchte es nicht Testaufnahme nennen, weil es eine richtige Aufnahme ist, aber es ist für mich ein Test, ob jetzt alles so klappt, wie ich es möchte. Ja, geil. Das mit dem Cupweb muss ich noch ein bisschen üben, anscheinend. Ich glaube, da kommen Leute rein. Oh, ja. Oh, ja. Ja, Bogen habe ich noch. Bogen habe ich ready. Uff. Gott sei Dank nicht anzünden lassen, ne? Hätte ich echt keinen Bock. Oh, besserer Helm, ne? Also immerhin etwas, immerhin etwas, immerhin etwas. Boots, Boots. Essen. Perfekt. Immerhin etwas. So. Wir sind fast full Iron. Uns fehlt eigentlich nur ein Haar, nicht ein besserer. Aber es leben auch nicht mehr so viele Leute. Von daher kriegen wir das hin. Ne? Das wird auch wieder die erste Aufnahme sein, wenn ich da so ein bisschen schneide, bearbeite, Ränder. Ja, doch. Das ist das, was ich sagen wollte. Die anderen habe ich ja mit OBS aufgenommen, wegen Vorproduzieren. Gestern kam gar kein Video, das tut mir echt leid. Aber das war der Stress und so, ne? Jetzt nehme ich mir auch gerade Zeit. Es ist gerade abends um 9 oder 10 Uhr. Das war wieder so knapp, Mann. Manche Mams machen echt Thule Heats, Mann. Echt Thule Heats. Aber wir haben 5 Leute gekillt. Hey! Immerhin. Aber immer noch nicht full Iron. Nach 12 Kisten oder so, ne? Wow. Das ist traurig, ne? Okay. Der hat einen Eisenschess. Er zündet mich einfach an. Die ganze Zeit. Ja, toll. Jetzt muss ich im DM erst mein Leben regenerieren. Danke. Ja, können wir im DM jetzt nicht großes was machen, ne? Wenn wir nicht sterben wollen. Das ist blöde. Das ist echt blöde. Kommt auf die DM-Arena eigentlich an. Kommt echt auf die DM-Arena an. Wir müssen uns jetzt leider im DM-Arena echt ein bisschen zurückhalten. Wenn wir die Runde schaukeln wollen, sag ich mal. Uh, ja. Perfect. Hab ich erst gesehen, der wollte mich wieder anzünden. Alter, was ist das für ein Mager? Guckt euch das mal an, wie der spielt. Der spielt gut. Hör auf damit. Das ist ja mal richtig auch fort. Er schlägt mich genau ins Feuer rein und so. Was für ein Macker, Alter. Was für ein Macker. Ich müsste unbedingt den zuerst down bekommen. Sonst haben wir keinen... Der ist echt mega gut. Der ist mega, mega gut. Komm hinterher. Den müssen wir echt... Den müsste ich leider zuerst down bekommen. Sonst wird das nix. Wo sind die anderen beiden? Keine Ahnung. Irgendwann rumpimmeln. Aber... Der ist halt echt mega gut. Das ist Fakt. Heiliger Bim Bom. Hätten wir den nicht down bekommen, dann wäre es das für uns gewesen wahrscheinlich. Alter. Wow. Wow. Alter, der hat uns fast noch bekommen, Alter. Der hat ja... Wow. Wir haben echt gerade... Also... Ich fand, der eine war richtig gut. Also vom Skill... Fand ich den richtig gut. Der One-Hit. Stimmt. Er war One-Hit. Der andere hat einfach nur gerade eine heftige... Ne? Und... Gute Hits verteilt. Wieder mehr Glück als Verstand, würde ich sagen. Ich muss sagen, der eine war ein mega guter Spieler. Irgendwie. Ich fand den krass. Aber okay. Das war's. Und wir sehen uns in der anderen Folge wieder. Bis dann und tschüss. Musik Musik Untertitelung. BR 2018